so hallo leute was geht hier ist wieder heidert niedernek mit minecraft ich habe jetzt eigentlich schon länger eine pause gemacht mit dem lp entschuldigung minecraft ich bin ein bisschen ein bisschen sehr krank eigentlich aber ich habe mal gedacht ja komm macht einfach weiter ich bin jetzt seit samstag krank und seit circa zwei wochen habe ich keine videos mehr produziert heißt es schon einiges her so und ja das ist jetzt eigentlich nicht so optimal eigentlich entschuldigung wenn ich öfters husten muss aber gar nicht leider nichts für wir sind grad oder waren gerade bei das haus ein wenig aufzubessern aufzuschönern schicker zu machen und wir brauchten glas sehe ich gerade musik habe ich natürlich im hintergrund laufen dass es von inkompeten der die musikseite die die musik zur verfügung stellt und da habe ich ein paar neue lieder gerade eben mir geholt beziehungsweise ich bin auf der seite gegangen und habe da ein paar schöne lieder ausgesucht die ich jetzt auch benutze so da gibt es auch ein paar lieder die dann wahrscheinlich atmosphärisch nicht unbedingt stimmen könnten wenn ich dann an der oberfläche irgendwo um laufe denn die sind ein bisschen so mäßig aber ihr werdet das schon denke ich gehe mal aber das sind so ungefähr zehn neue lieder habe ich reingepackt die dann auch ungefähr noch mal eine stunde dauern insgesamt also gibt es längere kürzere und ja und es gibt neues da wollte ich ein bisschen drüber zählen oder da kann ich im moment noch nicht so viel erzählen weil ich noch nicht weiß was geplant ist nämlich wir gründen gerade weniger so eine kleine community die glänzt sich atlantic games was wir da alles machen müssen wir noch alles schauen also patrick hat mir zumindest gesagt dass wir dann versuchen die rechte dann zu bekommen von publisher und so weiter moment nehmen wir natürlich noch leute auf aber moment musik ist gerade so ein lied meint sich auch und wo war ich gerade dran patrick wollte hat mir irgendwas erzählt genau das für die rechte versuchen zu bekommen damit und zurzeit haben wir schon einige mit user und ja wir müssen das erstmal alles angehen natürlich besucht uns auch noch leute die ich war für den gestern abend geschrieben hatte so um die 200 abonnenten sind vorbei abonnenten natürlich nicht so viel zählen also sage ich mal wenn einer mit 150 abonnenten oder sowas richtig richtig geile videos macht denke ich mir mal dass man das verkraften kann aber auch denke ich mal wenn einer mit 500 abonnenten oder sowas richtige videos macht sagt man mit handy kamera oder so eine scheiße halt dann das glaube ich glaube ich auch nicht das optimale so wir haben jetzt ganz weg wie ist das eigentlich ach da muss man dann so hier mit dem wasser so fixen fixen muss ich da könnten die auch mal irgendwie ändern oder so wenn das dann geht und dieses gerade noch morgens vielleicht bin ich doch ein bisschen müde aber da sieht dann schon ganz schick aus viel besser würde ich mal so sagen ich habe doch noch einige ideen was ich denn dann machen kann und reinpacken kann das ist jetzt schon verraten ich sag es mal also ich gucke mal von draußen und die musik ist mir gerade ein bisschen zu laut und zwar wollte ich das dann so machen links hier wollte ich das was größer machen hier so und dann eventuell noch rechts irgendwie die insel wahrscheinlich was größer machen und dann noch ein bisschen anbauen ich muss bekomme ich habe ja einfach so und vielleicht danach nach hinten etwas weiter bauen also in die richtung vielleicht mache ich das auch nachher anders mal gucken wie sich das dann auswirkt und so quasi das ist dann hier so weitergeht der balkon und das sind nachher so ein innenhof kommt einfach mal gucken kann man gucken so was gras sollte irgendwann mal wachsen hat mir moris geschrieben wenn ich richtig lieb wenn ich richtig lieb ich hoffe mal so viel dreck und erde ist unglaublich so die mannspitz wir könnten uns auch wollte ich nur sagen wir könnten uns auch mal eine rüstung machen ich habe schon längst eine so da gehen wir als bett das hier oben macht man natürlich auch alles anders denn ich fühle mich hier irgendwie ein bisschen unsicher sage ich mal so das ist jetzt nicht so sie haben eine neue nachricht vielleicht wird es schon reichen klar schon 16 guck mal direkt reicht eigentlich so und ja also das ziel lasse ich denke ich mache so dass man hier so runter sprich also hier apropos da unten ja das ist vielleicht nicht so gut vielleicht mache ich das dann noch ein bisschen breiter so dass man nicht direkt runter fällt so und bis da besser ich das auch auf jeden fall noch aus quasi also mache ich jetzt die anderen steine noch rein so und dann haben wir schon keller hier drin noch das richtige auswählen dann geht aber auch ach ja ist das nicht schön so und amnesia habe ich ja schon fast hoch geladen da sind noch vier folgen momentan oder so wenn ich mich richtig entsinne dann war es das schon mit amnesia danach werde ich die custom story hochladen da bin ich habe ich aber auch noch nicht weiter gespielt also das mit der face game also für die es noch nicht gesehen haben let's play amnesia cannibalism playlist ist auf meinem kanal verlinkt also amnesia können wir wissen heißt die playlist um da habe ich auch mit face game also dann zeige ich mal auch mein face und so und da könnte man auf jeden fall reingucken würde mich freuen wenn ihr da eurem äh saft ja auch schreibt irgendwas dahin so irgendwann geht meine stimme auch nicht mehr mal gucken wie lange das noch dauert so fackeln natürlich wieder hin so hier sind genug fackeln hier könnte noch eine hin und dann sieht das schon anders aus so vielleicht mache ich das dann auch noch mache ich das hier noch anders ich weiß es nicht ich weiß es nicht naja unser haus zumindest das grundgerüst ist jetzt schon mal rüber gehen fertig oder macht man jetzt auch hier gleich türen rein irgendwann haben wir wo ammer reisen wenn man davon spricht auch ist noch manchmal nicht fertig können ja was dauern pack mal draus fertig aus eisenerz rein ich wollte hier nämlich die türen rein machen und ja genau so was mache ich denn jetzt jetzt gehe ich mal nach unten ein bisschen weiter meinen dann können wir so lange hier auf den auf der reisen warten und vielleicht unten nochmal die truhe inspizieren oder so wie wärs wenn wir ach scheiße hier irgendwo ein lager machen ach ja hier wollte ich eins machen ja und da Werkbank Werkbank Lager Werkbank Lager und da kommt noch hier so packen wir da rein hier ein Öfchen direkt zwei an der Zahl ja schmeißen durch hin und dann packen wir da noch Kisten hin jetzt nicht geguckt wie viel platz da ist hätte ich mal lieber machen sollen kann ich mit leben wenn man nur einer ist oder packen wir mal was rein pflastersteine ja du glas pfeile rottet das vielleicht auch nicht wohl vielleicht genau vielleicht wo ich muss ehrlich mal gucken wo ich meine ganze scheiße wieder habe ich vergesse das mal wieder wenn ich dann eine ganze zeitlich zocke muss ich erst mal wieder gucken weil ich ja überall rumliegen habe ich könnte jetzt oben ja nebenbei noch zwei mit drei haben wir noch ja ich wollte eigentlich oben bisschen weiter ausbauen aber ach komm mach ich gleich erst mal ein bisschen scheiße zusammen fahren und so gehen wir mal weiter runter und sonst so bei euch alles gräblich alles wird ich bin ja doch halb am schlafen mehr oder weniger redstone auto nicht auch hier mal ach du scheiße ach du scheiße glas schreibe eisen erz noch so muss ich mal gucken in welcher richtung wieder nicht so begangen sind kohle nicht mehr so viel glaube ich wenn wir nicht oben noch was haben und kann ja nicht genug haben war glaube ich von diamanten um die ecke gucken ob da irgend ein fisch ist bitte